Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchu und ich heiße euch in einer neuen Aufnahmesession willkommen. Jetzt bin ich hier gerade etwas verwirrt, ich war eigentlich wo ganz woanders, aber okay, machen wir mal das Profiling an. Experte für das Mittelalter, ey, dann lass mal hören. Du musst mir glauben, sie beliebt dich. Du kannst sie nicht fragen, kein Stück. Und wenn er spricht, dann gurgelt das so. Die Schwester muss ihn absaugen, weißt du, zum Spügel. Mein Alter denkt darüber nach, den Stecker zu ziehen, weil er es nicht mehr mit ansehen kann. Seine Meinung, ich frag ja keiner. Was willst du machen? Er ist mein Opa, weißt du, ein Großvater. Weißt du was, ich werde mal mit meinem Dad sprechen. Ich ruf dich später zurück. Hey, kümmer dich um deinen Kram. Okay. Ich will aber all euer Geld hacken oder hacken. So, was wir eigentlich mal machen könnten. Ist... Ist eigentlich mal Waffen oder so kaufen, gah? Was haben wir hier? XP, oder soll ich nur hacken? Was haben wir hier? Sehenswürdigkeit. Okay, wir sind hier gerade so an der Sehenswürdigkeit. Und dann haben wir hier ein Geldautomat. Hm, was haben wir hier? Ja, Handyspiel, Wetten. Was haben wir hier? Explosive Komponenten. Handy spielt auch einfach mal. Was haben wir da? Stadt, Infrastruktur. Da kennen wir uns noch nicht aus hier oben. Hier brauchen wir, müssten wir eigentlich noch mal auch hin. Ja, nämlich hier hin. Ei, das machen wir. Schalten wir uns mal den Bezirk frei. Die Sehenswürdigkeit ist ja quasi hier gegenüber. Guck mal, bitte. Guck mal, bitte. Guck mal, bitte. Warum wirst du mich an? Weil ich wusste, dass du da bist. Ich weiß, dass du gehört hast, auf dem Glas. Oh, doch sie ist da da. Vielleicht überlegst du uns zu verraten. Ich weiß nicht, was du meinst. Du lügst. Tu ich nicht. Hey, ich hab mich nur um meinen Freund gesorgt. Hauptsache du versaust uns nicht die Überraschung. Uh. Petrus, 60 Anmeldungen gesetzt. Letzten sieben Tage. Hole Gegenstände. Was? Deponierte Geschenke. Ach, wie nett. Wie gehst du das jetzt, oder nicht? Hallo, ich möchte das. B-Titel, was ist das? Okay, das ist das, was ich alles... Naja. Geschenke abholen, 5. Medizin, woher... Da unten. Vor einer Minute von Stunde. Ja, sehr schön. Danke. Ja. Okay, ich hab die maximale. Gut, Geschenke deponieren. Bargeld. Ach du Gott. Das ist doof. Geht das schneller? Das ist ja scheiße. Ah, hätt ich das gewusst. Bitteschön. So. Einfach mal ein bisschen was geschenkt. Super. Oh, Wegpunkt setzen. Wieder mal ein bisschen die Kriminalität. Und... Wart mal los. Entschuldigen Sie. Hilfe! Hau bloß ab! Ja, mach ich doch. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Polizei, bitte, beeilen Sie sich! An alle Einheiten, die die OS-Scan initiiert. So. Ich bin schon lange weg. Ups. Was die das bemerkt haben. LF an alle Einheiten, die OS-Scan den Verdächtigen nicht lokalisieren. Tja. So, komm. So, hier wird irgendwo ein Verbrechen stattfinden. Und das... Kildress zu vereinten. Ja, Ausforderung. Ne, ne, ne. Das wird hier nichts. So, mal gerupt. Das kann ich. Kann ich sogar gut. So. Ab durch die Hecke. Schön. Also, das ist immer noch perfekt mit dem Geld überall her. Und so. Hat Verbindungen zu Blume. Okay. So. So, da wird irgendwas reingeschmissen. Oh. Oh, ja. Als Kind habe ich mich ständig geprügelt. Mann. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Hey. Die Leute ändern sich, wenn sie keine Teenager mehr sind. Trotzdem. Du hast die Ruhe weg. Weißt du, einmal habe ich einem ein großes Buschmesser an den Hals gesetzt. Mann. Schönsteht kein Wort. Probleme damals. Um Gottes willen. Ich freu mich, was der Typ heute macht. Der hilft 40. So. Wollen wir mal starten. Konvoi. Die Kerle handeln mit Organen. Na klar. Ich weiß, wie das läuft. Aufschneiden, Organe rausnehmen und sterben lassen. Wird mir eine Freude sein, die Typen auszuschalten. Ja, mir auch. So, wo sind sie? Das ist denn ihre Strecke oder was? Stoppen sie wie zwei Zielpersonen. Na gut. Niederschlagen. Alles klar. Äh, aus dem Weg. Was für ein Debt. So, wer ist denn hier? Verschwörungstheoretiker. Ich gebe mir dein Geld. So. Vollidiot. Lass mal aus dem Weg gehen. Oh, der bewegt sich. Hallö. Wächter, wächter. Fuhruhe. Soll denn das? Hey, Finger weg vom Auto. Und los geht's. So. Aber auch viel weh. Komm in. Geh, mach, mach auf. Hups. Aber ich muss den niederschlagen. Das ist echt ein Problem. Ach du. Meine Güte. Gut, wie machen wir das? Ach so, jetzt geht es wieder von vorne los. Stoppen sie die zwei Zielpersonen, bevor sie ihren Bestimmungsort bekommen. Okay. Ja, ich weiß, wie ich es mache. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht da draußen. Wir nehmen mal lieber größere Geschütze auf uns. Komm rein. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Ha da. Ich bin der Rungo, was. Ach, das ist ja das Scheiße. So, super gemacht. Super die Handtasche der alten Dame geklaut. So, wie mache ich das am besten? Nektar. Passt du doch auf. Das ist genau unser Wagen. Entschuldigung. Wart mal raus. 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 Und hier Mal raus. So. Dann sind wir mal hier. Jetzt müssen wir da rein irgendwie kommen. Wart mal raus. Wart mal raus. Wart mal raus. Schmerzen. Der besitzt eine versteckte, oh, der ist Elite. Was? Schwachstelle erkannt, das bringt uns aber nicht. Warte, nochmal. So, also. Ja. Das mache nichts. Also, zumindest hoffe ich mal, dass du das auch siehst. Okay, die haben alle eine Karte. Keine Verstärkung. Tja. Ich habe schon Hallus, ey. Ja, ziemliche Fehlfunktion. Habe ich eine Kamera? Darum beobachten Sie uns. So. Ignorier es und geh auf deinen Posten. So, hier ist auch nichts. Okay, ich konzentriere mich nur, deswegen hört ihr nicht gerade so viel. So, was mit dem? Moment mal, was war das? Pindet ihn, der Scheiße ist nicht weit. Wo ist er hin? So. Alles klar, ich gehe da lang. Hier ist niemand. Ich gehe weiter. So, wie konnte er uns einschütteln? Bleibt wachsam, nur für den Fall. Haltet weiter Ausschau. Haltet weiter Ausschau. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Wir haben überall Augen und Ohren. Ich verschwinde, mein Lieber. So. CTOS. Bin ich hier aufgescheucht jetzt? Schaukelpferd. Ah, was haben wir hier? Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Da kommt es. Hey. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Oh. Ich denke euch. Wenn du jetzt rauskommst, verspreche ich dir einen schnellen Tod. Genug gespielt. Stopp. Hör auf. Ist das schon alles? Wer ist heute besser im Bett geblieben, was? Jetzt sitzt er in der Falle. Der geht nirgendwo hin. So. Mach's dir nicht schwer. Held ruhig. Komm mal. Könnt gar nicht wissen, wo ich bin. So. Im Sperrgebiet wieder. Jetzt sind sie alle da. Jetzt wäre es so einfach, einfach alle zu befeuern. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da drauf. Wie kommen wir nur da drauf? Oh. Er macht ein Abflug. Das war klar. Scheiße. Mann, heute passiert nicht viel in dieser Folge- oder Aufnahmesession. Ich will doch nur den CTOS killen. Da ist wieder der Lift. Der berühmte Lift, der uns erstmal an wichtige Positionen bringt. Okay, da gäbe es noch was zu springen. Gut. Was haben wir denn hier alles? Ups, ups, ups. Okay, da können wir was springen. Okay, das sollte sich nicht drehen, oder? Mann, meine Anschleich-Missionen wollen ja auch irgendwie nicht gelingen. Draußen dröhnt der Verkehr. Und wir sitzen hier bei diesem warmen Wetter schön drin und spielen nerdig alles, was geht, weil ich sonst keine Zeit dafür hätte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut. Das wird gut. Vielen Dank.